nintendo ok mario land 2 super nintendo oder mit nintendo oder warte ja da sind schon elf minuten ok ich hab's verstanden kann zwar ein bisschen schneller gehen ja ich habe schon verstanden er ist schon vorbei oder kommt noch was ich glaube das war jetzt das war es jetzt oder warum geht die musik jetzt weiter man wegen so einer scheiße habe ich überlänge oder was ja dann beende ich hier mein part und wir sehen uns bei meinem nächsten projekt super mario land 3 und tschüss